Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch die besten Geschenketipps für die ganze Familie, für den Partner, für Nachbarn. Ich habe sogar ein kleines DIY dabei. Also es ist wirklich, ich habe mir da wirklich Gedanken dazu gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Zuallererst starte ich mal mit den Damen, also für die Mama, für die Schwester oder für die beste Freundin, wie auch immer. Da habe ich ein ganz, ganz tolles Teil, das vom Packaging her schon richtig toll ausschaut. Und zwar von Luvia, eine Highlighter-Palette. Und ich finde, wie gesagt, das Packaging schon so toll. Man macht sie einfach auf und dann kommt die Palette da. Und die hat wunderschöne Farben. Ich werde euch die mal zeigen. Also es ist für jeden was dabei, von kühl bis warme Töne. Ich werde euch die auch geswatcht zeigen, wie die ausschauen. Also es ist sogar ein leichter Bronzer dabei. Weil jede, also wirklich jede beliebige Farbe ganz toll. Acht verschiedene Farben. Und ja, wie gesagt auch, in Rosé Gold schaut richtig hochwertig und toll aus. Die Farben sind sehr toll pigmentiert. Es hält gut. Es ist kein grober Glitzer, sondern wirklich ein wunderschöner Schimmer. Und ja, unter dem Christbaum, unter dem Weihnachtsbaum schaut das natürlich sehr, sehr schön aus. Mein nächster Geschenketipp ist was für die Haare. Ich benutze jetzt auch schon längere Zeit und bin sehr, sehr begeistert. Und deswegen würde ich es auch sehr gerne verschenken. Es ist die dunkelgrüne Serie von Kerastase. Ich bin ein absoluter Kerastase-Fan, das wisst ihr ja. Und angefangen, also es ist ein Set, angefangen mit diesem tollen Shampoo. Das ist richtig zum Aufbauen von koloriertem Haar, von brüchigem, trockenem Haar. Also es ist wirklich für jeden Haartyp, auch für feine Haare, wie es ich habe, gibt nämlich so Abstufungen. Und ich habe jetzt hier die Nummer 1, 2. Also das ist für sehr feines Haar, damit es die Haare nicht beschwert, aber trotzdem gleichzeitig pflegt. Und wie gesagt, das ist das Shampoo. Dann kommt es noch mit einer tollen Maske. Ich habe jetzt gleich die große Version. Und die ist richtig genial. Also die hat meine Haare gerettet, sowas von gerettet. Und das dritte im Set, also man kann es natürlich auch einzeln kaufen, aber im Set finde ich das natürlich toll, weil es eine Aufbauserie ist. Und die ganzen Produkte aufeinander aufbauen. Und das letzte ist ein Serum. Und zwar gibt man das einfach in das feuchte Haar ein. Und das schützt so das Haar vor Hitze. Also es ist gleichzeitig ein Hitzeschutz und Pflege. Ich habe jetzt Erosionsgrad 3, 4. Allerdings ist das eine Creme und ein Gel, damit das Haar nicht beschwert wird. Wie gesagt, ich benutze die drei Produkte jetzt schon längere Zeit und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Die Haare sind glänzend, sie sind geschmeidig. Und das nach meinem Friseurumfall, wo ich gedacht habe, ich kann die Haare wegschmeißen. Pflegeprodukte, egal ob für die Haare oder für die Haut, finde ich, gehen wirklich immer bei den Frauen, auch bei den Herren. Und das nächste, was ich wirklich als tollen Geschenketipp habe, ist für meine Mama. Und das sind diese beiden Sachen. Das ist ein Set, das man erwerben kann von Beauty Mates. Kann man aber auch einzeln kaufen. Und zwar ist das einmal die Hyaluron Lift Cream für trockene Haut und zwar 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Die gibt es aber auch für normale Haut. Ich habe es jetzt allerdings in der trockenen Version, weil meine Mama schon ein bisschen älter ist und die Haut einfach dadurch trockener wird. Und ich liebe diese Creme. Ich benutze auch die Creme abends an mir selber. Ich habe morgens immer die abgeschwächte Version, beziehungsweise die von normaler Haut. Und meine Haut, also ihr seht sie selber, die schaut wirklich sehr gepflegt, sehr straff aus, sehr aufgepolstert. Ich bin ja auch mittlerweile schon 35, aber trotzdem finde ich, hat sich meine Haut sowas von verbessert. Übrigens hier sind keine Parabene, Duftstoffe, Silikone drin. Es ist wirklich nur das drinnen, was drinnen sein soll. Ist auch für Allergiker geeignet. Und was auch noch im Set mit dabei ist, ist der Augenlifting Booster. Der kommt mit einem Pumpspender, was ich wirklich ganz toll finde. Man trägt das Produkt so auf, dass man entweder das ganz alleine verwendet, also so als direkte Kur. Oder man kann das auch mit der eigenen Augencreme vermischen. Das heißt, ich gebe ungefähr ein bis zwei Tropfen von diesem Augenlifting Booster auf, vermische das mit meiner Augencreme, Nachtcreme, gebe das unter den Augen auf und klopfe das dann so ein. Und ich finde wirklich, dass sie meine Haut extrem verbessert hat, auch unter den Augen. Ich habe nicht mehr so extreme Augenschatten. Natürlich, es gibt keine Wundermittel, aber meine Haut hat sich so eingependelt. Also die zickt nicht mehr so rum. Natürlich manchmal hormonell bedingt, kommt wieder mal ein Pickel oder sowas. Aber ansonsten hat sich meine Haut richtig schön eingependelt jetzt. Sie fettet nicht mehr so stark. Und ich habe wirklich sehr, sehr ölige Haut gehabt. Aber die Produkte durchfeuchten die Haut und somit ölt die Haut nicht mehr so schnell nach. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Die haben auch noch andere Produkte bei Beauty Mates, falls ihr irgendwas für separat noch mal Anti-Aging oder gegen Pigmentflecken braucht. Oder Selbstbräuner haben sie einen ganz tollen für Gesicht und Körper. Man kann sich eigene Sets zusammenstellen im Set-Konfigurator. Ich werde euch natürlich alles in der Infobox verlinken. Und ihr könnt meinen 30% Rabattcode benutzen. Und ja, wie gesagt, alle Informationen einfach unten draufklicken und dann findet ihr alles. Was ich auch sehr, sehr gerne verschenke, ist Dekoration. Ich finde, das kommt immer gut an. Und ich habe jetzt hier mir diese wunderschönen Räderhäuschen gekauft. Ich werde es euch auch verlinken. Und ich finde, die passen natürlich überall, weil weiß passt einfach. Und man kann da die Teelächter unten reinmachen. Und das leuchtet so schön. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie das ausschaut. Die sind wirklich wunderschöne Häuschen. Ich habe jetzt extra ein großes und ein kleines, damit ich euch die ganzen Größen zeigen kann. Gibt es wirklich in sämtlichen Variationen, in sämtlichen Größen. Und wie gesagt, das ist ein wunderschöner Geschenketipp. Egal für Weihnachten, für Nikolaus oder generell so als Winterdekoration. Sehr, sehr schön. Und macht meiner Meinung nach wirklich was her. Was immer eine wunderschöne Idee ist, ist Schmuck egal für die Damen und für die Herren. Und deswegen habe ich jetzt zum Übergang was für Damen und Herren. Und zwar, ihr kennt die Ohrringe bestimmt schon. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, vielleicht schon dreiviertel Jahr oder Jahr. Genauso wie die Kette, die habe ich jetzt aber ganz neu erworben. Und zwar sind die ganzen Produkte, sage ich schon, die ganzen Schmuckstücke von MeinPunkt. Und ihr wisst, dass ich sie liebe und auch immer trage. Auch meine Armbänder sind von MeinPunkt, die ich immer trage. Und vor allem dieses hier, das liebe ich total, weil das so elastisch ist. Man kann es einfach zack abmachen und wieder raufmachen. Schaut immer toll aus. Gibt es in ganz verschiedenen Variationen. Ich habe jetzt die Sachen, vor allem dieses hier, das habe ich schon länger. Es hat sich nicht verfärbt und ich habe alle Sachen immer zum Duschen dran. Ich habe irgendwie da keine Lust, dass ich das ständig abmache und wieder raufmache. Und ja, also die haben wirklich ganz, ganz verschiedene Sachen. Und mittlerweile auch für Männer. Fokussiert mal die Kamera richtig. Vor allem dieses Armband hier, das finde ich einfach so toll, weil das hier nochmal ein Kreuz dran hat. Es ist richtig toll aufgemacht. Die haben auch immer irgendwelche Rabattcodes bei MeinPunkt. Also man kann die Schmuckstücke immer nur ein bisschen günstiger ergattern. Und sie sind auch nicht so teuer, aber sehr, sehr hochwertig. Und ja, das ist mein Geschenketipp für Mann und Frau. Dann habe ich euch auf Instagram angefixt mit einem richtig genialen Männerduft. Ich darf es gar nicht sagen, aber ich habe mich schon tatsächlich selber damit eingesprüht, weil er einfach so unglaublich lecker ist. Und ja, viele von euch haben mir den auch schon nachgekauft, weil das ist einfach der Oberhammer. Der beste Männerduft, den es jemals gegeben hat. Und zwar ist das von Prada Black. Und ich könnte mich reinsetzen. Der ist, es ist eine Mischung zwischen maskulin und süßlich. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben. Also man könnte vielleicht als Frau den Duft auch tragen. Aber wenn mein Mann aus der Dusche geht und sie da mit dem Einsprüht, ausflippt Gefahr. Wirklich. Ist natürlich auch in der höheren Preiskategorie, ist auch von Prada. Aber ich kann es euch nur sagen, ich kann euch den Duft wirklich nur ans Herz legen. Liebe Ladies, kauft euch diesen Duft euren Männern und ihr werdet es ständig an eurem Mann kleben. Während der Duft jetzt mehr was für den Partner war, habe ich jetzt was eher für die Papas. Und zwar, tadaa, wunderschöne Lederhandschuhe. Ich finde, die schauen immer toll aus unter dem Weihnachtsbaum. Und ich habe hier ganz, ganz tolle bei Amazon gefunden. Und zwar haben die hier unten nochmal so einen Stoff dran. Das schaut dann nicht so altmodisch aus, sondern eher peppig. Und die Qualität ist wirklich super. Die waren auch wirklich nicht sehr, also nicht besonders teuer. Und die kommen auch tatsächlich schon in einer wunderschönen Geschenkebox. Ich finde, das ist immer ein schönes Geschenk, Handschuhe. Ich werde euch die Handschuhe auf alle Fälle verlinken. Wie gesagt, es ist ein richtig tolles Geschenk. Mein nächster Geschenketipp ist auch was für, sage ich mal, die Damen und Herren. Es ist leider nicht angekommen. Amazon hat momentan ein bisschen längere Lieferzeit. Und zwar handelt es sich um eine Sofortbildkamera. Das finde ich wirklich ein so schönes Geschenk. Sogar für Oma und Opa, weil es leicht zum Bedienen ist. Und zwar habe ich mir diese hier bestellt in weiß. Und die schaut so toll aus. Ich finde, das ist ein Geschenk für jedermann. Egal, für Mann, Frau, Freundin, Oma, Opa. Vor allem finde ich für Oma und Opa finde ich das eine ganz tolle Idee, die Enkel zu fotografieren. Und es kommt sofort ein Bild raus. Ist easy, kann man sofort eingeleben. Und ja, ich finde sowieso, dass viele Bilder immer im Handy verschwinden, weil man es einfach, weil man viele Bilder gar nicht mehr zum Entwickeln bringt. Und mit dieser Sofortbildkamera hat man die Bilder dann tatsächlich gleich in der Hand. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Geschenkidee. Ich werde es euch verlinken. Ich finde es auch keine so teure Investition. Und ja, jetzt kommt die Sonne raus. Wie schön. Die Belichtung stimmt jetzt zwar nicht mehr so, aber ist ja egal. Mein letzter Geschenketipp ist jetzt speziell für die Nachbarn oder als Mitbringsel ein kleines selbstgemachtes Geschenk, was ich sehr, sehr schön finde. Oder einfach nur als, ja, so Nebengeschenk sozusagen. Und zwar haben wir mir heute einen Glühweinlikör gemacht. Was wir aber auch ganz oft machen, also das machen wir schon seit Jahren, einen Glühweinsirup. Während man den Glühweinlikör alleine trinkt, macht man den Glühweinsirup in den Sekt rein. Ich habe euch das Rezept auf Instagram abgedreht und auch in den Highlights gespeichert. Ich finde wirklich eine sehr schöne Sache. Und die Flaschen, die kriegt ihr überall, also im Internet, Amazon oder auch DM, die haben diese Flaschen da. Und einfach ein bisschen Zweigrum und ein bisschen, ja, Christbaumkugel oder keine Ahnung was noch dran, ein bisschen Schleife. Und das schaut so toll aus. Ist ein schönes Geschenk fürs ganze Jahr, was hält und einfach selbstgemacht ist. Es gibt auch die kleinen Flaschen bei DM, die 250 Milliliter, dass man vielleicht den Nachbarn eine Kleinigkeit schenkt. Also ich finde wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und machen wir, wie gesagt, auch jedes Jahr. Und die freuen sich immer total. Mein Name auf Instagram ist jusebeauty, werde ich auch den Link unten reinsetzen. Dann könnt ihr mein Rezept nachverfolgen. Das ist in den Highlights abgespeichert und da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Dann sind wir jetzt auch tatsächlich schon am Ende des Videos angelangt. Ich habe jetzt gar nicht so viele Produkte, aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was man so den Einzelnen schenken kann, damit wirklich für jede Kategorie irgendwas dabei ist. Und dann hoffe ich natürlich, euch heute mein Video gefallen. Wenn ja, schenkt es mir ein Däumchen nach oben. Und ja, dann hoffe ich natürlich ganz, ganz fest, dass wir uns wieder im nächsten Video sehen. Tschüss!